ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu command and conquer alarmstuf rot 1 gegen schlag alarmstuf rot genau leute auf seiten der alliierten und ja bevor wir jetzt hier mit der dritten mission des addons weitermachen möchte ich mir ganz gerne noch mal hier ganz kurz dieses boden skalerie ding hier angucken eine radikale fundgrube im inneren vhs der alliierten vq filmsequenzen am dritten januar 2009 sind im lagerschrank bei elektroniker sind aus englisch entdeckt cool so sehen die dinge also aus alles klar sehr interessant gut leute missionsauswahl wir haben hier bei retaliation und die ersten beiden missionen schon gemacht jetzt sind wir hier bei der dritten mission in griechenland kontrollierte verbrennung alles klar gibt es hier ein video ich hoffe es gibt ein video nein es gibt ja kein video verdammt okay egal wir haben die öl anlage der sowjetunion infiltriert allerdings wird der haupteingang durch eine reihe von tesla spuren geschützt solange diese noch stehen können wir keine streitmacht auf das gelände bringen infiltrieren sie das stromnetz im osten und zerstören sie die kraftwerke soweit dies erledigt ist können wir verstärkung schicken zerstören sie die sowjetische anlage aber nehmen sie alle ölforschungsanlagen intakt ein wir dürfen nicht zulassen dass chemikalien auslaufen okay gut leute optionen spielgeschwindigkeit ist normal wir haben ja ein minen leger warum haben wir einen minen leger leute gut was haben wir hier ach nein das ist ein bmt das ist gar kein minen leger verdammt interessant armutpanzer scheiße ist die karte groß ziemlich ja ziemlich groß okay leute gut dann muss ich mit dem bmt einfach mal ein bisschen rum fahren einfach mal gucken was wir hier was wir hier haben möchte ich dieser karte okay ach diese mission ich glaube ich kann mich daran erinnern ja mit den testen spulen hier ist dieser scheiß mammutpanzer wieder aber wo soll ich denn die invasoren dafür herkriegen hier unten vielleicht oder hier oben genau wir müssen das hier oben einnehmen sonst weil sie die energie da platt machen ja gut aber mit einem bmt und ein paar manniken ist das nicht so toll aber gut gucken wir einfach mal was sie noch sicher ganz genau leute dieser mammutpanzer der macht mich ein bisschen nervös muss ich sagen so wo kriege ich denn die invasoren her moment ich hab eine andere idee machte sagt man den spion aus der spion da kann man hier unten hinfahren wo ist das denn da so ein öl ding da okay schaut mal da die leute hier die gehen jetzt nämlich dahin und gucken was hat er da gemacht ich kann hier irgendwas einnehmen das stromnetz aber wir müssen das hier in die energie bringen okay ich verstehe leute nein noch nicht hier zurück um gottes willen leute oh gott sei dank macht den hund kaputt wir haben das stromnetz infiltriert einheit verloren und jetzt wir haben das stromnetz infiltriert zerstören nein zerstören sie die kraftwerke ja gut das kann ich noch mal laden verdammt noch mal neu starten bitte alles klar ich weiß was zu tun ist sind ablenkungsmanöver alles klar also ich muss den spion hier rein laden und vier männiken so leute ladet euch mal schneller ein hier gut dann würde ich sagen fahr ich mit dem wmt direkt hier hoch vor diesem blöden mammutpanzer ach wir müssen die energie noch platt machen alles klar ich verstehe alles klar leute ich sagen machen wir das mal macht das kaputt hier und da kommen jetzt diese diese truppen hier genau der hund der muss platt gemacht werden so einfach drüber fahren ach dann schießt da drauf so leute dann mit einem wir müssen echt hier das alles überfahren das ist auch gottes willen okay sehr gut flammturm hier kommt mal raus so los die macht ihr kaputt genau das infiltrieren und hier kaputt machen müssen das hier kaputt machen aber wie soll ich das machen wenn der mammutpanzer hier reinkommt was soll das denn was soll das denn leute verstärkungen wo denn verstärkungen sind eingetroffen cool wir haben ein bauhof aber die frage ist wo soll ich meine basis damit aufbauen ich so ein bisschen an eine tiberem konflikt mission wo soll ich dir meine basis mit dem ding aufbauen hier sind auf jeden fall ressourcen so speichern mission 3 addon alles klar leute gut hier hätten wir auf jeden fall schon mal da unten da haben wir hoffentlich auch mal ein bisschen mehr platz hier haben wir einen platz sehr sehr gut gut aber die habe ich ja nicht gebraucht hier alles klar cool leute dann würde ich sagen kann ich meine basis bauen sehr sehr gut und wir haben hier ein arsch voll platz das ist schon mal sehr sehr nice muss ich sagen so gut leute gut dann bau hier auf und speichern so und optionen spieler so zack der ganze mal ein bisschen flotter geht hier genau leute und da freue ich mich dass wir wieder hier dabei seid beim guten alten neuen kommande und ja ich bin jetzt hier zusammen nach wie vor und es ist wie gesagt das erste mal dass ich hier das addon erlebe aber ja das ist auch machbar also es ist es ist zwar schwieriger aber es ist definitiv noch machbar gut alles klar wir mussten quasi nur ein kraftwerk platz machen ich verstehe leute gut die die raffinerie werde ich hier oben hin bauen da kommt dieser mammut panzer scheiße haut ab haut ab hier okay gut nein die weg blöder mammut das ist bescheuert wirklich so direkt waffenfabrik los waffenfabrik diese gummipanzer sie können den mammut panzer ein bisschen rausziehen hier ach du scheiße basis mein gott okay dann was versucht dann da und leute was versucht dann da ja gut dann so die haben wir erledigt gummipanzer so wir können kampfpanzer bauen das ist schon mal gut leute gut dann mach diesen mammut panzer kaputt so sehr gut leute da kommt noch ein mammut das ist doch nicht wahr noch ein mammut alter schwede wirklich so leute alles klar sehr gut wir brauchen einen zweiten sammler und wird angegriffen so okay schon mal gut großkraftwerk haben wir auch sehr gut perfekt reichende finanzmittel energie eingeschaltet 80 von 100 okay wo ist der sammler sagen wir bitte edelsteine so alles klar ja ich hab mal wieder kein geld das ist so flugzeuge super dann dafür brauche ich vielleicht diese mini kind dafür brauche ich diese fünf raketentypen einheit verloren was so was will er denn mit dem schrauber wieso ich habe schon zwei sammler okay dann ja 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 was macht er denn da das sind keine die ihre leute ne 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 vergisst es penner wirklich jetzt kriegt er doch noch die mini kind verdammt nochmal so aber das ist egal auf jeden fall gummipanzer ich habe artillerien das ist schon mal gut moment noch mal als erstes zwei artillerien für die ganzen mini kindliche von mir vorbeigeschaut kommen so und am besten noch ein großkraftwerk so ich habe jetzt artillerie hier stehen kurz weg mit dem scheiß so leute das kleine hier kann weg gerade da so der kann sich mal auffahren wo sind meine fünf hier okay ach du scheiße ja das okay das ist dann doof das ist dann doof alter so da da ich brauche flachstellungen ganz dringend leute ich brauche flachs und ja leute geht es euch gut soweit ich hoffe es geht euch gut mir geht es nämlich sehr gut und nehmt es nach wie vor an diesem freitagnachmittag hier auf und hoffe hoffe dass euch das hier gefällt wie wir jetzt hier schön mit den alliierten weitermachen weg damit und reich okay werkstatt werkstatt unter besten kampfpanzer und artillerie so und du bitte hier so sehr gut du bitte auch edelsteine sammeln ja alles klar sondern aber hier die werkstatt schade wir können immer noch kein text center bauen so ein bisschen doof aber ist okay alles klar unser stützpunkt der kann noch schießen und so alles klar werde ich dann auch einfach noch eine flacke hinbauen geschlossen einfach noch eine flacke reparieren so alles klar leute sammeln bitte edelsteine und sammeln weiter mensch sammler mensch sammler oh hellmarsch mit dem nazi im hintergrund hallo genau dieser nazi dann noch eine flacke so bunker und immer weiter schön einheiten produzieren ganz genau so dann hier bitte so leute jetzt reden wir mal weiter hier blöde russe müssen alles platt machen zerstören sie so richtig anlage aus aber nehmen sie alle ölforschungsanlagen ansonsten müssen wir jetzt jetzt alles platt machen okay ich verstehe leute der eine der kann hier unten sammeln was soll denn das so alles klar dann brauche ich noch mal vier silo die stelle ich am besten hier unten hin ganz am karten ende und ja ich habe jetzt noch genau und dann brauche ich noch eine energie ich finde es schade dass man hier noch keine spezial sachen hat oha okay was versucht er da schon wieder dafür der will meinen sammler haben okay das kann er vergessen so der platt machen das zeug weg machen los weg machen macht den scheiß kaputt genau deswegen habe ich schon ein großes kampfwerk hier gebaut so zack auch noch türmchen so leute geschützt worden ist da was und ihr könnt man diese scheiße da oben kaputt machen was so was haben wir denn hier ach schade okay gut dann macht den kaputt los kaputt machen kaputt so der kann nach wie vor schießen das ist so unfassbar wirklich aber jo leute mission auf grünem grund ist immer cool statt statt immer auf schnee weil da auf dem schnee die mission ich weiß nicht die sind irgendwie so ungemütlich ich weiß auch nicht macht der denn mit dem panzer du schießt bitte auf den panzer blöder tor es geht der turm kaputt egal ich kann direkt einen nachbauen so gut alles klar noch mal reparieren kann du machst du immer kaputt alles klar beim bunker normalen bunker bitte und ja ja das natürlich nicht überlebt hat und ich war einmal geschossen naja gut egal dann haben wir nämlich gleich unsere verteidigung stehen so nein kein silo so so kampfpanzer artillerie so hier sammeln weiter hier oben wisst ihr was ich brauche noch einen dritten sammler einfach so weil ich es kann warum eigentlich nicht so dann haben wir nämlich auch fast keine kohle mal wieder so ja wir haben aber alles verteidigt oha okay viele grenadiere leute viele grenadiere ja gut egal dann fahrt ihr da einfach drüber kommt und artillerien können wir denn best machen so einfach geht das so sehr schön dann haben wir uns ja relativ easy hier aufgebaut und können zu reichen die finanzmittel hier oben fährt seinen sammler okay wieder kein geld ich brauche unbedingt einen dritten ey und zwar nicht meine dritten zähne sondern ein dritter sammler dritten zähne stehe ich mir richtig unangenehm vor würde ich sagen wenn man immer darauf achten muss was man kaut das ist irgendwie doof naja gut egal gehört nicht hier hin ähm kommst du da hin da kommt natürlich keiner hin das ist und das repariert nicht ja toll das hat wieder nicht repariert ey so kaputt machen kaputt machen kaputt machen die mennigen sind kein thema die mennigen sind kein thema okay tja so egal Leute oh da hab ich jetzt einen zu viel geschlossen einen zu viel gebaut aber passt schon ey ich hab drei sammler und hab immer noch geldprobleme gestoppt was soll das ey wirklich alter die flugzeuge die kennen wir noch von der letzten mission kontrollier jetzt einfach mal ein mangel so weitere edelsteine bitte sammeln konstruktion abgeschlossen weiter geht's so sehr gut alles klar dann batz okay dann haben wir's einfach weiter panzer bauen was zum teufel der will nur nerven ne das ist der will nur nerven ja gut alles klar wird gebaut so wir müssen ja gleich noch diese Forschungsanlagen einnehmen ne so dann hat der nur edelsteine der hier auch bitte nur edelsteine ich möchte nämlich ganz gerne die Armee endlich fertig kriegen ha sehr gut schön reingeflogen schön bescheuert ja gut alles klar so die edelsteine sind alle weg wird gebaut ja jetzt sind die edelsteine weg so alles klar dann bauen wir einfach mal unsere Armee neu ähm invasoren fünf Stück was will er denn damit okay oh mein Gott oh mein Gott was macht den da auch kaputt Mensch so ah hier die in paar so sehr gut ja so perfekt das kriegen wir gut verteidigt hier muss ich sagen das ist ja dann schon mal sehr gut Armee wird auch immer größer perfekt sehr schön also mit drei Sammlern im Einsatz ist ja echt super nochmal zehn Panzer bitte hau wakka wakka wau die geile Mucke Artillerie macht dieses Mellicket weg so das sollte doch klappen oder kriegst du doch hin ja nein verdammt da kommt er auf einmal mit Raketenwerfern an ey dieser Sack wirklich dieser Sack drei Raketenwerfern eiskalt ey ja gut okay ach du scheiße drei Panzer oh Gott mach die kaputt mach die scheiße kaputt verdammt nochmal okay gut äh Turm so er hat aber tatsächlich mit drei Panzern hat er nur einen Turm gekriegt ich bin begeistert ich bin begeistert so zack da ist der Turm wieder und ja gut ich hab mal wieder kein Geld warum auch immer ach du scheiße äh okay na gut egal dann passt schon so weit gut ihr beiden Artillerien macht man die Grenadiere da weg so weg damit sehr gut alles klar so ach du scheiße ach du okay das ist das ist nicht schön Leute das ist nicht schön was er da macht gut dann Sammler zurückziehen und hier einfach unten sammeln oder hier vorne oder warum eigentlich nicht hier vorne so ach du scheiße ja okay gut mit dem Trupp kann ich ja eigentlich gleich schon mal angreifen ja mit dem Trupp kann ich gleich schon mal angreifen gehen ah da kommt er aha da kommt er okay Turm bitte da drauf Turm bitte da drauf Bunker bitte auf Manneken so da versucht das wieder ne ja da versucht das wieder von allen Seiten ja das ist gut der eine Sammler kann wieder hier hoch so ach die geile Mucke ey so zack 585 15 ah die Energie passt genau ah shit falsch gestellt oh man ja gut ach du scheiße da kommt er wieder mit 5 Invasoren was macht er hier oh also jetzt fängt er an zu nerven der Russe wirklich oh man die Invasoren ja und der Sammler von ihm oh mein Gott ja gut dann versucht man ein bisschen hier was ja ist egal Leute so alles klar gut dann würde ich sagen vielleicht kriegen wir die Mission noch in dieser Folge fertig seid ihr mal Team 1 und ihr macht euch mal auf hier hohoho schau dich da an diese Armee nur Kampfpanzer und Artillerien ja das passt doch so weit dieser Sammler von ihm ne oh man dieser Sammler von ihm warum eigentlich nicht mal versuchen den Platz zu machen auch wenn er jetzt schon zurückfährt aber ich kann ihn ja schon mal ein bisschen beschädigen hier so mach den kaputt kack Sammler so damit er nämlich schön alles rausschickt hier so damit er schön alles rausschickt dann lass den mal alles rausschicken da los so ja tschüss Artillerie egal so los hier rein hier los diesen Soundtrack hat's auch nur auf der Playstation glaub ich so Leute Sammler wegmachen so und rein hier hohohoho Tesla Spulen ach du Scheiße Leute ey wie viele Tesla Spulen mach die Scheiße kaputt um Gottes Willen so die Tesla Spule wegmachen wegmachen die scheiß Tesla Spule so hier Mäniken wegmachen Hubschrauber wegmachen so hier wegmachen Bauhof wegmachen los Bauhof Platz machen Tempo Tesla Spulen nach ey so Leute ich muss neue Armee aufbauen so wir brauchen sie los ist egal so ja diese faktische Tesla Spule da Mann ey die kann auch voll oft schießen ne das ist mach die Scheiße kaputt oh die kann so oft schießen ne unfassbar wirklich so so Bolz 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 so ah wieder Kirchenmucke geil hahaha wieder gute alte Kirchenmucke so darf ich das Ding kaputt machen ich speichere das nochmal Mission 3 darf ich das kaputt machen hier darf ich ok sehr gut alles oh Panzer wie blöd muss man sein jetzt ist nur noch eine Artillerie übrig gut dann kann ich nochmal die Raffinerie drauf machen könnt ihr mal sehen wie viel Schaden die Digger machen so fünf Panzer hinterher macht den kaputt ja so Seite nur da haben wir schon einiges platt gemacht hier batz batz so wegmachen wegmachen so einfach weiter ballern auf die Energie so ist da was ich brauche noch mal eine zweite Waffenfabrik jetzt oh 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 man ich brauche noch mal eine zweite Waffenfabrik damit das hier ein bisschen schneller geht mit der Armee so die macht hier weiter alles kaputt die macht einen guten Job ah shit ja ok das war's shit egal gut da kann hier direkt oh ne 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 scheiße Energie verdammt gut egal ja toll überall noch mal draufklicken äh ja genau so jetzt laufen die nämlich alles ein bisschen schneller vom Stapel hier so hä russe so Leute yo ganz genau das reicht glaube ich schon na gut dann fahre ich mal wieder hier rein los alles klar kein Bock jetzt so lange zu warten deshalb die Folge ist auch in drei Minuten vorbei und vielleicht schaffe ich die Mission ja sogar noch ich brauche schon mal zwei Ingenieure weil ich weiß ja nicht wie viel wie viele Türme das sind also wie viele Gebäude das sind die ich da einnehmen muss ah Flugzeug wegmachen so wegmachen so so weiter alles klar perfekt oh Mammutpanzer okay ja alles klar dann weg damit es sind zwei sehr gut es sind zwei und ja dann die Artillerie und die Mannequin kaputt es sind tatsächlich zwei okay gut ihr macht bitte hier die Werkstatt kaputt alle bitte ach Mensch so Flammtorn wegmachen zack so direkt wegmachen die scheiße so Sammler kaputt machen es sind mehr es sind nicht nur zwei okay okay Bratz 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 Uiuiui boah okay es sind vier okay ja gut dann sind es vier alles klar dann alles wegmachen hier los alles kaputt machen Leute so dann hier einmal drauf schießen dann hier drauf einmal schießen so perfekt ach du Heilige der Soundtrack ja gut dann nehmen wir die Sache mal ein hier ja dann beschädigen so weiter beschädigen das hier unten auch nochmal beschädigen so und zack genau die Dinger können wir einnehmen dann bewege ich die schon mal hier hoch dann schaffen wir diese Mission tatsächlich noch in dieser Folge die wird wieder länger die Folge ja ist einfach ne es sind fünf ach verdammt ja wobei bevor ich da jetzt lange warte nehme ich einfach äh brauche ich einfach eine Kaserne hierhin und brauche ich noch einen Menschen einen Ingenieur so Großkraftwerk der soll bitte hier rauskommen so perfekt dann können wir das Ding hier noch einnehmen alle Dinge mal reparieren so Ziel erreicht jetzt nur noch das hier kaputt machen wir sind bei 30 Minuten aber die Folge mache ich jetzt nicht das mache ich jetzt auch eben kaputt hier die Tester spulen noch so kaputt machen so weg machen kaputt machen das geht schon schnell wenn man Artillerien dabei hat das ist unglaublich so weg machen kaputt machen so das Ding hier kaputt machen los das Ding hier kaputt machen los und dann haben wir es gleich geschafft hier so perfekt sehr schön sehr nice okay cool naja die Katze in Camp ne ach ja Apollinaris 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 habe ich gerade getrunken nein wir haben Mission 3 der Zusatzkampagne geschafft Leute würde ich mal sagen kontrollierte Verbrennung Bonus Galerie würde ich sagen die gucke ich mir nochmal kurz an und dann beende ich auch mal die Folge für heute und wenn euch die gefallen hat Leute dann sage ich schon mal ja lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da würde mich sehr freuen und einmal noch kurz die Bonus Galerie was haben wir hier frühere Version des Logos von der Armstufe Rot die vor der finalen Version ganz offensichtlich noch einige Male verändert wurden ja schon schon okay cool Leute gut alles klar dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat lasst mir doch mal gerne Like oder Abo und ja dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend schönen Tag ne tschüss